Wir waren jetzt noch auf dem Moment... Verpisst euch doch, ihr Hurensöhne, Alter! Richtige Missgeburten! Ja, das ist das, was ich in meiner Aufnahme brauche, Läger. Ja! Jo, meine Karte, willkommen zu einer Folge GTA Ja, mit dem Topra. Ne, ne. Ähm, ja, wir machen heute mal leider keine Private Session, weil wir keine vier Leute zusammengekriegt haben. Dafür gibt es heute ein der neuen Stuntrennen mit dem DeLorean für Arme. Ich glaube, der heißt Daruna 2000, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, ne? Ja, doch. So heißt auch das Rennen, glaube ich. Ja, ja, die neuen Rennen sind nach den Autos benannt, das weiß ich auf jeden Fall. Das ist ein GTA-Stuntrennen, deswegen erwartet nicht zu viel. Und ich möchte mich schon mal im Voraus für die schlechte Qualität... Uh, du hast gerade verkackt. Ich möchte mich auf jeden Fall schon mal im Voraus für die schlechte Qualität, äh... Äh, entschuldigen, weil... Wie dreht man sich, wie dreht man sich? Äh, linker Stick, ER-Shift, Steuerung und A und D. Ja, passt. Dicker Pferd, der Scheiße. Der Lenk richtig kacke. Egal, das kriegen wir hin, Digga. Noch sind wir erster. Und wir sind nicht mehr erster. Jo, wir sind dritter, instant. So, wie gesagt, Entschuldigung für die schlechte Qualität in den Röhren. Es tut mir leid, aber es lässt sich nicht anders machen. Ich muss auf 15.000er Bitrate runterrendern und dann sieht das halt einfach so aus. Tut mir leid, Leute. Kann ich... Ja, bringt ja nichts. YouTube skaliert ja auf 15.000. Erhebt mich nicht. Alter, ich habe Angst. Was passiert hier? Ich muss am Rand langfahren. Digga, vor allem so... Digga. 40% haben ihre... Was? Was ist das? Hä, wieso springen die da alle rüber und ich fahre gegen die Wand, Digga? Wie? Das habe ich gerade nicht verstanden. Wie kommt man da rüber? Achso, du kannst mit dem DeLorean springen... Äh, mit diesem... Nicht DeLorean. Mit dem... Ja, wie mit dem anderen mit den Reifen wechseln. Ah, okay. Oh Gott, Digga, wir sind so behindert. Das sollte man halt schon vorher wissen. Ich fahre gegen die Wand. Jo, instant 12, Digga. Ich fahre gegen die Wand. Alter, das kannst du keinem erzählen. Ja, gut, die Folge nehmen wir nicht. Wie peinlich! Doch, Mann. Gut genommen. Ja, aber meine Folge... Bei deiner Folge passiert nicht so etwas witziges. Meine Folge ist viel cooler als deine. Digga, der Wagen hat sogar einen Fallschirm, Brudi. Also, dann nimm sie doch. Ja, aber wie setze ich den Fallschirm ein? Ich weiß nicht, in der Luft drücken? Nee, habe ich gerade probiert. Ging nicht. Oh, oh! Ich bin gegen die Wand gekommen. Alter. Aber es ist witzig, dass er springen kann. Das finde ich cool. Das ist mega geil. Nee, kann ich dir nicht sagen. Tut mir leid. Also, ich habe auch gerade versucht, den Fallschirm zu machen. Ich hatte irgendwie Angst, Y zu drücken, weil ich dann dachte, ich steig aus. Aber unser letztes, ne, Y auf dem Controller, meinte ich. Nein, ich bin raus. Digga, so eine Fieke, man. Alter, ich habe es gerade noch so drauf geschafft, ey. Oh, einer hat es schon beendet, oder was? What the fuck? Doch. Ah, nee, nur ist es auf dem ersten Platz, ne? Digga, ich dachte schon, du hast mir schon Angst gemacht. Ich war doch gerade eben noch dritter, Alter. Ey, unser letztes GTA 5 Video ist auch ein bisschen her, ne? Unser zweier Video. Das war, glaube ich, im Dezember 2016, glaube ich. Ach so, das, wo wir ja bei dir aufgenommen haben, wo ich nie veröffentlicht habe, ja. Ja, haha, Digga, wie macht ihr... Ah, ah, X, du musst auf springen drücken. Wie, was? Leer-Taste. Ach so, lol. Bist du hinter mir direkt? Keine Ahnung. Welcher Platz bist du? Sechster. Oh, Digga, er steht einfach auf der Strecke der Wichser. Du bist dich, nicht überholen. Aber du wirst übel langsam, wenn du das nimmst. Aber du stabilisierst dich. Also musst du gucken, ob sich das lohnt. Steht doch, jetzt steht's bei mir auf. Weißt du, jetzt steht es oben links. Toll, toll, toll. Bin daneben gesprungen. Digga, so eine bescheuerte Kacke, Mann. Ich find's mega witzig, Alter. Zweite Runde, Digga. Ich bin, Entschuldigung, ich bin immer noch in der ersten Runde. Digga, die Rennen sind voll lang. Ja, übel, Mann. Ich bin übrigens Elfter. Ja, ich bin Fünfter, aber vor mir und hinter mir ist so viel Luft. Sorry. It's too late to say sorry. But I know that you... Nuh, nuh, nuh. Daddy, kill my mom, my now, well. Digga, was geht hier? Ich weiß nicht mehr, wo Ende ist. Alter, ich bin am Anfang... Du musst richtig zum Schluss so über die... Einfach über die Dinge springen. Über den Kante. Über den Kante. Yallah. Oh, ein Bastino, Alter. Bastard sein Vater. Digga, ich bin gleich vierter. Nee, Bastard sein Onkel, dem sein Cousin, sein Freund tritt in Graves. Oh, Mann. Na, ihr Nudeln. Oh, das muss so sein. Na, ihr Nudeln. Oh. Äh, was war das andere? Was gibt's noch? Uh, das war eine saubere Lange. Keine Ahnung, was war. Digga, ich bin dritter, Bruder. Ich bin dritter. Ich bin zwar... Nee, ich bin dritter. Der eine hat den Checkpoint, glaube ich, nicht eingesammelt. Weil eben waren drei Leute vor mir und ich war dritter. Okay, das war ein bisschen dumm, was ich gerade gemacht habe. Ja, das war extrem dumm. Das war so richtig dumm, Alter, gerade. Du kannst auch mit dem Falschirm richtig lenken, ne? By the way. Ich bin zweiter. Ja, ja, schon. Aber ich habe ihn zu früh gezogen. Deswegen bin ich über den Checkpoint geflogen. Ja, das ist dem einen Typen eben auch passiert. Deswegen, wie gesagt, drei Leute waren vor mir und ich war dritter. Ich denke so, hä? Irgendwer muss noch den Checkpoint nicht gekriegt haben. Und einer ist vor mir. Der Skollex ist vor mir noch. Den habe ich aber auch gleich. Oh, hier ist der Young CJ. Mensch hat was mit CJ. Young CJ! Ich weiß nicht, ob ich den noch kriege. Der müsste echt einen Fehler machen, dreckig. Aber hinter mir ist auch einer. Wenn ich einen Fehler mache, bin ich auch im Anus. Oh, Top 5, ich bin so aufgeregt. Kannst du mich boosten auf YouTube? Weißt du, mit wem ich eben telefoniert habe? Mit Felix. Felix? Mit Fix. Ich war halt auf seinem TeamSpeak. Und er hat halt irgendwann letztens zu mir gesagt, Digga, lass mal wieder was machen. Also ich habe ihm gesagt, sollen wir wieder was machen? Und er meinte zu mir, komm einfach auf einen TeamSpeak, da chill ich immer. Ich wäre, glaube ich, locker schon 6-7 Mal drauf. Irgendwie so. Nein, ich bin zu spät. Ich habe zu spät gesprungen. Oh, fuck! Ich bin explodiert. Ich bin zu spät gesprungen. Fick deine Mutter. Fuck! Du? Oh, fuckt mich das jetzt ab, Mann. Ich war Zweiter direkt hinter dem Typen, Mann. Das kann doch nicht sein. Ich bin, glaube ich, Letzter, oder? Ja. Ja, gut. So schlecht wie du ist halt auch kein Zweiter, ne? Ne, und dann war halt irgend so ein nerviger Typ im TeamSpeak und dann habe ich zu ihm gesagt, habe ich Fix angerufen und sagte, ey, Digga, komm mal auf den TeamSpeak und kick den oder ban den bitte. Dann kam man halt auf den TeamSpeak und hat ihn gebannt. Geil. Und dann habe ich noch ein bisschen mit ihm geschnackt so und dann meinte er, die nächsten zwei Wochen hat er null Zeit leider. Aber vielleicht danach kriegen wir mal wieder was hin, das wäre nice. Okay. Also bereute doch was vor. Mit Fix war immer lustig. Das ist so gsicht. Und Tom soll wohl voll unbeliebt sein auf Fix, TeamSpeak, habe ich so gehört. Keine Ahnung, die mögen den da irgendwie nicht. Die haben die ganze Zeit über den geflamed. Ich bin wieder Vierter, aber ich weiß, ich glaube, die anderen kriege ich nicht mehr. Hier war die Ecke, wo ich, nee, gar nicht. Digga, das Ding ist, es war so scheiße, dass ich nicht gesprungen bin, ne? Tja, was soll ich sagen? Was soll ich machen, was ich machen? Ich meine, habe ich gesagt? Ja, gut, das habe ich, aber... YoungCJ hat Selbstmord begangen. YoungCJ, alter. Bester Name. Oh, ich bin wieder Elfter. Geil. Ich bin Vierter. Und jetzt über die Rampe? Na, okay. Der Fallschirm hat halt rein gar nichts gebracht. Ich dachte, ich kann ihn dadurch nochmal überholen. Scheiße, fünfter, ein gediegener fünfter Platz. Gediegener fünfter Platz. So, ne. Wir haben noch 30 Sekunden. Ich glaube, ich beende das Rennen nicht mal. So, in diesem Sinne, sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Fuah! So, da sind wir wieder. Entschuldigung, entschuldigung. Fuah! So, da sind wir wieder in der nächsten Runde. Das ist mir in der nächsten Runde, Diggaard. Und, äh, ja, ich würde mal sagen, Jetzt, äh, wissen wir alles. Jetzt kann ich eigentlich nur noch Erster werden. Du wirst euch davon geschwilzt am Auge, Alter. Ja, Digga? Ja, gefällt dir dein Spiegelbild nicht, Digga? Na, guck dir mal meinen Spieler an, Alter. Ich, ich, ach so, dein Spieler, Digga. Ich wollte gerade sagen, dass du dein Auge anschwillt, weil du dich selbst in der Facecam siehst, weißt du? Genau. So wird es sein, Digga. So. Oh, Leute, der Eil ist direkt am Anfang gesprungen. Ja, moin. Digga, wer ist wieder Erster? Digga, wer ist Glory Erster, Digga? Wer ist Erster? Okay, wer war Erster? Wer war Erster? Tschüss. Aber das Ding ist, ich muss sagen, die Runde gerade ist sehr, sehr fair. Also ich habe noch nicht einen gesehen, der gerammt hat. Digga, ja! Wie viele das gerade nicht gecheckt haben, Digga. Ah, fuck. Ich habe den Scheiß Jump verkackt. Digga, ich war gerade Erster und habe übel vercheckt, dass man springen muss. Scheiße. Digga, weißt du, ich habe die fette Röhre nicht geschafft, weil alle mich geblockt und gefickt haben, Mann. Richtig gebumst wurde ich. Aber ihr kennt ja, Leute, ihr wisst ja, gutes Fahren setzt sich durch. Oh, wie der jetzt von Uwe klaut, Alter. Digga, das war von Monte, du Hunde so. Guck mal, wie du keine Ahnung hast, Digga. Ja, natürlich. Du hast keine Ahnung. Wollen wir über dein Studium reden, oder? Ja, siehst du, da bist du ruhig, ne? Warte, warte, wer kommt im Angen? Ah, wie schneidet man das und wie macht man das in Premiere und wie fickt man das hinzu? Hallo? Ja, ja, merkt schon. Ich brauche sowas nicht, Digga. Ich frage dich nur, wenn Google mir nichts ausgibt, Alter. Fuck Google Astobra heißt das. Alter. Digga, was ist das für eine hässliche Missgeburtenröhre? So, ich würde mal sagen, wir sind wieder auf dem 10. Digga, es ruckelt einfach so gerade, ne? Du bist schon auf dem 10. Platz. Ja, Mann. Also, ich habe mich wieder hochgebumst. Ich bin einfach auf dem 4. Digga, wir haben voll getauscht gerade irgendwie. Kann das sein? Das ruckelt voll, Digga, Leute. Ja, ich merke es auch gerade. 30 FPS läuft. Ja, Digga, ich habe meine FPS-Anzeige aus, weil ich sonst immer einen Scheiß, Digga, ich kriege Anfälle, wenn ich über unter 60 FPS fliege. Ja, glaube ich. So, der eine hat verkackt. So, ich bin jetzt Platz 8. Drei sind doch direkt vor mir. Die könnte ich auch gleich einholen. Digga, gut, es fahren sie jetzt nicht so durch, Leute. Da muss ich Montana leider mal recht geben. Warum leider? Weil er sonst nie recht hat. Ach, scheiße, Mann. Ich hätte Gas geben sollen. Aber ich hätte Schiss, dass ich von der Röhre runterfalle. Oh, ich hatte gar gedacht, in der Mitte wäre so eine rote Mauer, der Strich bei der grauen Röhre. Ich bin hinter zwei Typen. Ich bin dritter. Ich bin fünfter. Ich war gerade kurz zweiter. Oh, ganz kurz, Digga. Dann hast du dich... Oh, das ist eine Wand! Digga, kannst du mir nicht sagen, dass in der Röhre, in der Kurve eine Wand ist? Digga, guck mal, das ist wieder Toprader-Untimate, ne? Genau wie bei Minecraft in den Scheiß-Battles. Jetzt hat er mich gedreht, der Bastard. Jetzt bin ich fünfter. Der Bastard, sein Vater. Dang, CJ, Digga. Ich verpiss dich doch! Ist das wirklich der Typ? Ja, das war der sogar. Du Nutten, Alter. Hauptsache, In-Game reden. Ich glaube, das bist du vor mir, oder? Ja. Tschüss. Oh, Kontrolle verloren! Oh, das war... Ich wollte gerade sagen, das war knapp, aber du bist voll gegen geballert, Alter. Ja, du. Ich bin gegen nichts geballert. Echt? Nein. Ich fahr noch, ganz normal. Ach, du bist vor mir? Sorry. Ich dachte, du wärst hinter mir. Alter, direkt hinter mir. Er fragt so, bist du das vor mir? Ja. Ach so, ich dachte, du wärst hinter mir. Richtige Logik. Digga, du bist sechster, Brüdi. Ja, ich weiß. Topra for President. Digga, warum hüpft der neben dir denn so behindert? Runde 2. Ich weiß es nicht, aber das... Das ist der Typ, der am Anfang auch gesprungen ist. Gleich am Anfang der Runde. Oh, Alter. Das hat mir gerade geholfen, auf den fünften Platz zu kommen. Richtig, und ich bin hier sowas von am Arsch, Digga. Aber wie gesagt, ich find das echt geil, dass das Rennen gerade so ultra fair ist. Keiner schubst irgendwie, keiner macht irgendwie böse Fakten. Ich hab den Young CJ ein bisschen geschubst. Ja, aber es war ja nicht Absicht wahrscheinlich. Doch, das war volle Absicht, Digga. Hast du gerade den Fallschirm angemacht? Nee, ne? Doch. Ja, das war dumm. Ne, bisschen. Bremst dich übel aus. Und du bist eigentlich schnell genug, außer du wirst irgendwie gerammt oder so. Also drei Leute sind vor mir. Ich kann mich auf den zweiten Platz bumsen. Vierter. Alles klar, Digga. Digga, dreh doch das Kackauto jetzt. Oh, der erste ist auch da vorne. Digga, wenn ich jetzt keinen Fehler mehr mache, dann schaffe ich das. Oh, der eine hat die Kontrolle verloren. Und dritter. Oh, Adrenalin. Adrenalin. Digga, Kim deckt sich wieder. Digga, ich will hier in Ruhe Zelda spielen, weißt du. Und der schreibt mir hier so die Bode voll. Oh, wir haben den ersten aus Versehen runtergeschubst. Da ist er explodiert. Wo ist das? Digga, er schubst der Hundesohn. Der Nuppen. Der Bastard, Alter. Ich habe ihn nur runtergeschubst, weil er angefangen hat zu rammen, Alter. Ja, so war es mit CJ vorher auch. Der hat auch übel angefangen, mir in die linke Seite zu fahren. Dann dachte ich mir so, alles klar. Ja, nee, das Ding ist, ich bin halt die ganze Zeit neben ihm gefahren. Auf einmal fährt er immer weiter rüber. Ich denke so, hä, Digga, wir können uns doch die Röhre teilen. Das ist doch alles im grünen Bereich, Bruder. Und auf einmal zieht er rüber. Und dann hat er irgendwie gelegt oder so. Und dann hatte ich voll Glück. Und dann habe ich seinen Heck zum Glück wegziehen können. Aber ohne Witz, diese eine Röhre hier, diese grüne und davor, das lag so ultra. Aber, juckt mich nicht. Meine Aufnahme sieht trotzdem flüssig aus. Aber läuft gar nicht. Solange die auf 60 FPS läuft, bin ich glücklich. Rat mal, wer erster ist, Bruder. Du bist 5, das schaffst du noch. Das sind nur 6 Sekunden, Digi. Ich habe 2 Leute direkt an meinem Arsch kleben. Oder kommen 5 Leute auf einmal aus der Röhre raus. Fuck, scheiße, scheiße. Nein. By the way, du kannst den Fallschirm auch wieder ausmachen, ne? Wenn du nochmal aufs Springen drückst. Das habe ich vorher gemerkt. Jetzt bin ich letzter, Alter. Never. Doch, ich schwöre. Nee, bist du nicht, Digi. Bist du nicht. Du bist 12. Ja, soll ich doch letzter. Der eine ist auf mir gelandet, Digi. Nein, zieh mich nicht mit runter. Ich bin hier nach dieser grünen Röhre, wo dann die rote kommt. Da ist doch kurz diese Plattform. Da hat es mich runtergehauen. Digi, Topra, hättest du das gerade gesehen, wie der eine, der weiß ist auf mir gelandet, zieht mich mit die Röhre runter. Du musst dir das nachher in der Aufnahme angucken. Ich wollte gerade sagen, der ist so auf dem ersten Platz. Ich bin so auf dem zwölften. Der fragt so, hast du das gesagt? Ja, Digi. Musst du dir echt? Nein, ich wollte es dir erzählen. Ich wollte es dir erzählen. Digi, warum überschlag ich mich denn jetzt? Oh, ich habe 50 MP dafür bekommen. Sorry. Aber der Menschenfeind fährt fair. Ja, ich bin Zweiter geworden, Digi. Ey, ohne Witz, das gibt richtig schön Kohle. Guck mal, Kim kocht, wie süß. Ich würde mal sagen, wir warten jetzt noch auf den Moment, bis Topra irgendwann ins Ziel kommt. Digi, Topras letzter. Ja, moin. Wir warten jetzt noch auf den Moment. Verpisst euch doch, ihr Hurensöhne, Alter. Richtige Missgeboten. Ja, das ist das, was ich in meiner Aufnahme brauche, Digi. Ja, damit musst du die Zuschauer baiten. Ja. Ey, wo kann man denn so Fotze sein? Wer denn? Der Wanker? Direkt kicken. Digi, alle, die gerade hinter mir waren. Ich warte jetzt, wie gesagt, noch bis wir das Geld sehen. Ich will mal gucken, wie viel Geld ich dafür kriege. Ja, ich beende schon wieder nicht, Alter. Komm, das ist doch scheiße hier. Digi, zwei Sekunden vorm Ziel. Alter, 40.000? So, in diesem Sinne, Level up, 40.000. Ich mache ein 40.000 Dollar Giveaway. Ja, alle bitte mal Hashtag Dollar in den Chat schreiben und ich verlos das dann später, ne? Mäh. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht den Daumen nach oben. Und die nächsten zwei Folgen kommen jetzt bei Topra. Bis gleich. Boah. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal.